Ich will bald damit beginnen, meinen Nachfolger aufzubauen. Und das kann nur einer von euch sein. Ich bin einer der größten Stars unserer Zeit. Und doch stand ich immer im Schatten meines Vaters. Es wird Zeit, dass du dich endlich zusammenreißt. Ich arbeite an neuem Zeug, das weißt du. Du hast in deinem Leben noch keinen Tag gearbeitet. Niemand da draußen glaubt, dass ich das alles auch ohne ihn geschafft hätte. Ich bin die Zukunft von Empire. Ob sie es wollen oder nicht. Empire, die neue Serie. Ab Mittwoch, 20.15 Uhr. ProSieben.